Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video zur Untersuchung der Uferlagerung mit dem Decknamen Rebhuhn. Das waren wir zusammen mit Björn und Sabrina von Mr. und Mrs. Lost gemacht. Ihr solltet euch auch deren Kanal anschauen. Die zwei sind tolle Rohrweckser, die echt gute Videos machen, weswegen wir auch gerne mit denen zusammenarbeiten. Und die werden auch zu diesem Objekt ein Video online stellen. Und der Unterschied ist, der Fokus bei uns als Forschungsgruppe GWS liegt natürlich tatsächlich auf den Experimenten, die wir gemacht haben, auf die eventuell Beweise oder auch Widerlegungen, die wir gefunden haben. Und ja, das möchten wir mit dem Video am ehesten dokumentieren. Ich bin sehr optimistisch, dass wir auch in Zukunft einige der Objekte noch zusammen machen werden. Denn genau wie hier bei dieser Uferlagerung waren Mr. und Mr. Lost schon vor uns bei diesem Ort. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir hier sind. Die haben uns gesagt, oder wir haben dann auch in ihren Videos gesehen, dass da irgendwas ein bisschen komisch war, haben mit denen gesprochen. Und da kam, ja, hm, okay. Wir haben da schon das Gefühl gehabt, Schritte zu hören, dass irgendwer dauernd präsent war, mehr oder weniger. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt und gesagt, klingt spannend. Wollen wir untersuchen? Das testen wir. Machen wir doch gerne. Und haben uns dann halt entschieden, dann entschieden, zusammen da hinzugehen. Und genau das haben wir gemacht. Und ich würde sagen, seid überrascht, was wir gefunden haben. Ich kann euch schon versprechen, es ist tatsächlich mehr, als wir selbst erwartet haben. Und ich hoffe, euch gefällt das Video und ihr findet es spannend. Gerne könnt ihr in den Kommentaren dann mal drunter schreiben, was ihr gerne mehr hättet. Denn es ist haufenweise Videomaterial. Und ihr seht natürlich jetzt nur die von uns ausgewählten Ausschnitte. Gerne können wir ja auch mehr zeigen. Oder wenn ihr sagt, es ist zu lang, naja, wird schwer. Aber in manchen Fällen werden wir das dann auch verringern können. Gerne, wie gesagt, mit eurer Mithilfe können wir das optimieren. Und sagt uns einfach, was ihr davon sehen möchtet, was euch nicht so gefallen hat und wo der Fokus drauf liegt. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. So. Hier, der Egbert, der Jan. Ihr habt euch schon ein bisschen in Position gebracht. Mögt ihr kurz erklären, was ihr heute an Technik dabei habt, beziehungsweise was ihr versuchen wollt, für Experimente zu machen. Genau. Wir fangen am besten mal. Das ist einfach nur die Geräte, was wir haben. Danach erklären wir, was wir wie verwenden wollen. So, unsere Ofenschicht unseres tollen Koffers sind eigentlich hauptsächlich nur Lampen. Das Interessante oder Spannende daran ist, diese Lampen hier, die andere hat eine davon, das zeigen wir euch gleich, die kann verschiedene Lichtstärken machen. Also normales Weißlicht, Rotlicht und auch UV-Licht. Das Tolle am UV-Licht ist, das kann man schon Dinge sichtbar machen, die man bloß auch nicht sieht, weil es dann halt so ist, dass es Stoffe gibt, Organtischstoffe oder auch manche Metallverbindungen, die aufgrund ihres Elektronengitters dann durch das UV-Licht, was sehr, sehr energiereich ist, angeringt werden, auf ein höheres Orbital zu gehen, da aber nicht bleiben können. Die Elektronen fallen zurück und imitieren dann ein eigenes, separates Licht, das charakteristische Farben strahlt. Und ja, wie gesagt, das kann man mit bloßem Auge manchmal nicht sehen. Und wir haben tatsächlich schon was gefunden, was wir euch gerne zeigen wollen, dass ihr so achtet. Okay. Wir haben sogar auch schon versucht, das zu lesen. Hier steht quasi, Achtung, Emils, Emits, es gruselt ab hier. Und das scheint mit einer Farbe gemacht zu sein, extra mit einer Farbe gemacht zu sein, die wir quasi nur mit schwarzen nicht sehen können. Das heißt, jemand hat damit gerechnet, dass jemand irgendwann mal hier hinkommt und das liest. Und da wollte jemand das mitteilen. Wenn du das UV-Licht mal einmal kurz wegnimmst, dann sieht man, dass da, er ist, es ist eigentlich. Es schimmert auch nicht nach oder irgendwas. Es ist einfach, es ist schlichtweg nicht zu sehen mit einem bloßen Auge. Richtig. Also hier hat uns jemand, also nicht schlecht für uns, aber für jemanden, von dem sie erwarten, dass er mit UV-Licht kommt. Geocache eventuell. Das könnte eventuell in die Richtung gehen. Natürlich. Möglich. Aber wer weiß, was derjenige sagen wollte. Vor allem könntest du mal schauen, oder ihr beide, was das eine Witz sein könnte. Machst du bitte nochmal. Weil du kriegst das oben rechts nicht ganz gelesen. Emils oder Em... Das ist schon ziemlich verwischt, ne? Emils vielleicht... Emil... Ja, das könnte ein Name sein. Also ich könnte Emils lesen, sondern das I, das sehe ich auch noch im wahrgleichen Strich wie EMT eher. Ja. Ja. Vielleicht noch ein bisschen aus dem Weg, das siehst du. Also es ist ziemlich schwer zu sagen, aber Leute, wenn ihr da jetzt gerade was raus erkennen könnt, dann schreibt uns das doch an der Stelle mal eben mit unten in die Kommentare. Ja, ja, das sieht auch noch aus wie EMT, weil das ist auch eine waagerechte Trin. Ja, ja, das sieht auch noch aus wie EMT. Es funktioniert. Den ersten Check, den ersten Test haben wir schon mal bestanden. Okay. Das ist jetzt ganz interessant. Jetzt schaltet sich meine Kamera von alleine ab, während wir hier im Filmen sind. Und ich habe meinen Schaden gescheißer. Ja, warte. Meine Läuft. Akku voll, geladen, alles. Und die geht einfach aus mit dem Rücken. Weg ist sie. Wie ist deine Kamera? Da funktioniert noch alles. Auch der Akku ist noch voll. Ja. Ich glaube, du kannst erst mal mit dir zu direkt machen. Du willst ja auch so fragen, dass wir das jetzt können, oder? Komplett nochmal machen, weil ab da vorne nichts aufgezeigt wird. Null, gar nicht. Mhm. Also, ich sage nur von hier aus aus, als wäre die angewiesen worden. Nicht das läuft nicht dran? Es ist alles an, alles komplett. Wir haben aber nur alles, was wir da vorne besprochen haben, hat die aufgenommen. Und danach noch vorher. Der Weg hier hin, der hat mich aufgenommen. Das, was ich hier vorher noch gesagt habe. Das mit den Stimmen hier, dass das unten wäre. Wenn jetzt keiner kommen würde und jemand trotzdem stimmt, ist das nicht drauf. Ja, wir würden quasi vorne dann anfangen. Quasi, wenn Jan und ich, ich sage mal in Anführungszeichen, zu kartieren, mit dem wir hin und her gehen. Grundmesswerte machen. Quasi, dass man eine Nullmessung hat, wie wäre es denn, wenn nichts wäre. Sagen wir mal kurz zu eventuellen Entitäten Hallo hier, wenn wir müde sein wollen. Okay. Wir geben die Möglichkeit zu wissen, dass wir da sind. Euch kennt India eventuell, sage ich mal schon vielleicht. Und ja, dann würden wir das abgehen. Wenn irgendwo eine Messunggenauigkeit ist, also sprich eine Abweichung, die wir nicht erwarten würden, sollte überall gleich sein. Hier ist nirgends von Strom. Die Temperatur sollte gleich sein überall. Wir werden ja in dem Punkt natürlich nochmal intensiv schauen, wo kommt das her und ist es vor allem dauerhaft. Okay. Ansonsten bauen wir hinten auf und dann auf dem Rückweg halt nochmal die ganzen kleinen Audioaufnahmen, sprich EVPs, Elektronik, Voice Panaman. Okay. Gut. Fangen wir an. Gut, fangen wir an. So. Ja. Das Thema, dass da auch andere Urwechser sind. Klar, wir haben ja in den Fußspuren geschaut. Ja, Fußspuren waren ja keine. Ja, eben. Deine Fußspuren konnten wir noch eine ganze Zeit lang sehen. Vielleicht sehen wir die sogar immer noch, wenn wir uns zurückgehen. Also wenn, müssen die ja schon eine Weile hier drin sein. Ja, das ist ja wirklich, dass sie schon ein Stündchen hier drin sind. Ich weiß gar nicht. Ja, kann ja sein, klar. Aber wenn man da noch Stimmen so deutlich gehört hat, dann wären die eine Stunde hier drin, wären die schon ganz hinten angekommen. Ja, eben. Das scheint ja so, als wenn sie eine Weile stehen geblieben sind oder zurückgekommen sind und jetzt sagen, okay, wir trauen uns nicht, hier stehen welche. Gut, jetzt müssen es schwanken, wir müssen gleich wieder hochgehen. Gut, jetzt müssen es schwanken, wir müssen gleich wieder hochgehen. Ja. Ja. Leichte Temperaturschwankungen. Ja, ist aber minimalst. Ja. Könnt ihr auch in Luftsuchen denken. Ein bisschen Schrank. Ist eigentlich normal. Aber so geht es. Ja. Ja. Könnt schon eher Urin oder so sein, oder? Ja. Wenn das dann so ein bisschen... Achso, ich meine jetzt auf den Steinen. Moment. Haben wir gleich. Ne, das ist... Was ist denn das? Ja. 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 Ne, ich meinte jetzt auf den Steinen sah das gerade so aus, also das sah jetzt schon so ein bisschen aus, also so eine Umrandung. Wie so ein bisschen getrockneter Urin, hätte ich jetzt gerade gesagt. Könnte auch sein. Ja. Ja. Wird wahrscheinlich schon das ein oder andere mal vorkommen, ne? Ja. 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 Das ist jetzt... Da müssen wir jetzt so langsam aufpassen. Jetzt kommen ganz viele Stolperfallen. Ja. Ja. So. Wir müssen jetzt so langsam aufpassen, ob es ja auch wieder 6 Grad ist, aber wahrscheinlich erwartbar wird es um die 6 Grad gleich sein. Ja. Kann aber auch sein, weil wir die ganze Zeit gestanden haben, dass wir dann halt selber das Ganze hin und weg ein bisschen verfälscht haben. Wahrscheinlich war es auch da ein bisschen, war es da auch ein bisschen genau geschützter. Genau. Ja. Das. Oh, Vorsicht Kante. Ja. Okay. Oh! Da ist direkt was. Ja, Schmierereien, ne? Mhm. Aber immerhin... Und so wunderschöne. Merkt man noch. Wie gesagt, das ist Milligauss. Das ist sau wenig. Also mit ein Gauss zum Beispiel. Das wäre die Energie, die man brauchte, um 70 Gramm auf 10 km h zu beschleunigen. Das ist echt nicht gerade viel, ne? Millie heißt tausendste. Ich würde dann sagen, an der Stelle warten wir dann auch mal auf den Jan und die Sabrina. Ja? Weil ich denke, das wäre jetzt eine gute Stelle, um auch ein paar Fragen schon mal zu stellen, kurz zu uns vorzustellen, zu sagen, dass wir hier sind. Da ist niemand zu sehen, oder? Komm mit der Lampe jetzt gerade, ich sag mal, mindestens 250, 300 Meter. Das können keine Schritte gewesen sein. Definitiv stimmen aber dann. Überleg mal, wie weit die... Überleg mal, wie laut das war. Wenn die da von dahin kommen, was musst du denn für Kraft aufwenden, um so einen Krach zu machen? Oh, das ist irgendwie ein Stein oder so runtergekommen. Ich bin gespannt. Ob es da irgendwann gleich mal jemand entgegenkommt. Ich auch. Gut, aber wie gesagt, wir warten jetzt erstmal auf Jan und das April. Und dann würde ich hier vorschlagen, dass wir uns mal kurz, sagen wir mal, eventuellen Entitäten hier vorstellen. Und denen auch sagen, dass wir gut mit uns kommunizieren dürfen. Oh, ist da die Decke? Oh, guck mal da. Das ist ein Hohlstein, okay. Das ist schon rausgebrochen, ne? Ja, ja. Ja, der Hinweis sagt ja, ab jetzt wird's gruselig, ne? Ja. Ich mach irgendwann kurz mit meinem Licht runter, dass der Jan... Oh, Jan. Ach, schade. Da, siehst du, es hat kurz wieder geflackert. Ist jetzt schon wieder weg. Gerade in dem Moment, wo ich natürlich nicht hinstehe. Das ist aber eigentlich schade. Das sollte, wenn, schon immer flackern oder stehen bleiben. Könnte hier irgendwas... Ich muss mir mal kurz die Steine mal bisschen anschauen. Na, die Steine sehen jetzt nicht so aus, als wenn... Oder doch, es sind ja anscheinend die Steine, schau mal. Ja. Die emittieren irgendwas. Ja. Ja. Okay. Das sind doch nicht die Steine, ne? Da, jetzt ist es wieder da. Ja, und wir haben gerade gehört, das kannst du aus wie ein Stein ins Wasser gefallen oder so. Aber, ne? Jetzt... Das Steinswasserfeld kann immer passieren, natürlich. Jaja, aber... Hier ist ja nicht viel zum Fallen mehr, ja. Ja, eben. Das ist halt schon... Alles, was fallen kann, liegt meistens auf dem Boden. Deswegen... Aber komisch, ne? Jetzt... Das sollte besser rumbleiben. Gerade hatte ich hier bei den Steinen Ausschlag gehabt und hab gedacht, okay, vielleicht haben die einen Metallanteil. Jo, war das ein erwartbarer Klimmkoller? Das ist halt auch mal sehen. Ne, ne, ich hab... Dann hast du es einfach nur fest. Ne, ne, ich bin hier. Aber ich hat es auch da gelassen. Wenn du reproduzieren kannst, ist eh wahrscheinlich ein Messfehler. Obwohl, ja, kann man nicht sagen. Ja, wenn ich es nicht reproduzieren kann, heißt ich kann es nicht erklären. Ja, eben. Wollte ich es gerade sagen, richtig. Wahrscheinlich. Okay, das ist jetzt mal ein kleiner Test. Mal sehen, ob man unsere Stimmen hört vom Schall. Wahrscheinlich. Also, jetzt wird auf jeden Fall Schall. Schall ist nur die Stamm. Da war was. Hallo, hier ist Ecki. Ja, doch, das war halt eine Stunde gerade. Ja. Ist ein bisschen. Jetzt mal rein. Da haben wir ja die Profis jetzt. Das ist jetzt reine Mathematik. So, Schallgeschwindigkeit. 1000 Kilometer pro Stunde. Der Tunnel ist 750 Meter lang, bis zur ersten Barriere, die dann kommt. Das heißt, wenn ich hier reinrufe, wie lange muss es dauern, bis der Schall zurückkommt? Kurz mal nachdenken. 1000 Kilometer pro Stunde, 0,7 Kilometer, ne? Das heißt, müssen wir in Sekunde kurz umrechnen. 0,7 Kilometer pro Stunde mal 3600, ne? Ja, das ist halt 3600 Sekunden. Das sind 21.000, das sind ungefähr 25.000 Meter. Ne, Quatsch. Doch, 25.000, ne, 3,6 nur auf Meter pro Sekunde. Achso, ja. Das ist ja dann 3,6, ja. Ja, nur 3,6 nicht 3,6. 25 ungefähr Meter pro Sekunde. Ja, dann rechnet man hoch. Bei 700 Metern also, sagen wir 750, lässt sich besser rechnen, ungefähr 30 Sekunden. Allerdings hin und zurück, das wäre ja nur hin. Ja. Zurück, wenn es wirklich von der letzten Wand abprallen wird. Wahrscheinlich ist das generell. Ich glaube eher, dass der Schall von den seitlichen Wänden abprallt war. Hin und zurück wäre erstens lang. Also ich höre euch, während ihr jetzt gerade redet, permanent hinter mir nochmal. Ja, ja, das ist Schall. Ja. 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 Was ich damals eben ganz extrem fand. Ich hätte immer schwören können, dass eine Frau dabei ist. Immer. So, was ich schon gerade zu Björn gesagt habe. Ich würde kurz hier mal die Gelegenheit nutzen, einfach mal so Hallo zu sagen, falls doch irgendwas hier ist und zu sagen, dass durch Außenkommunikation erlaubt ist. Deswegen mach ich das jetzt mal kurz. Also, ich bin der Exerz. Das ist der Jan. Die anderen zwei kennt ihr vielleicht noch. Das ist der Björn und die Sabrina. Die waren schon mal hier gewesen. Ja, höflich sein. Wir möchten gerne testen, ob jemand hier ist. Wenn ihr irgendwas zu sagen habt, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Ihr dürft auch gerne euch anders bemerkbar machen. Was ihr aber nicht dürft, ist uns in irgendeiner Art wehzutun oder uns von dem Objekt hier, wenn wir es dann verlassen, wieder zu folgen. Wir machen hier bloß ein paar Aufnahmen mit Geräten. Die können eventuell helfen, euch besser zu erkennen. Auf dem Rückweg werden wir auch noch Tonbandaufnahmen machen. Das heißt, wir werden euch Fragen stellen. Und wenn ihr die hört, könnt ihr sehr, sehr gerne darauf antworten und eigentlich alles mitteilen, was ihr wollt. Das wollten wir euch nur mal so sagen. So, jetzt wollen wir höflich. Nur für Fall des Falles. War das jetzt von deinem Schuh, das, was jetzt zurückgekommen ist, oder? Nein, das war, das war von, ich wollte mir sagen, irgendwie ein großes Wasserplattchen, aber es klingt, als wäre einer in einer Pfütze gesprungen. Das war ich nicht. Das hörte sich jetzt verdammt komisch an. Also mein Schall. Ich würde mal gerne warten, bis sie kurz still sind und zeigen, wie ich mein Schuh bin, weil ich hab leise so um. Außer, wenn ich lautstammte. Akku leer? Geht's im Herbst? Das ist der super Akku. Der hält viermal länger als der normale. Der hält eigentlich 30 Stunden. Die hat sich jetzt abgeschaltet, ja? Ja. Und jetzt wieder an, aber... Was sagst du, dein Akkustand? Voll. Voll. Meine Kamera hat sich gerade einfach abgeschaltet, aus Interesse an der Sache, ich weiß es nicht. Ja, das hätten wir jetzt das zweite Mal mittlerweile schon, seitdem wir hier sind. mit verschiedenen Geräten. Ist nämlich die selbe Kamera. Ich wollte jetzt kurz nochmal sagen, das große Plättchen, was wir gehört haben, ich hoffe ihr auch, wir wissen nicht, woher das kam. Das war nicht mein Schritt oder seine, deswegen ich stampf nochmal, das klingt anders. Und das klang halt eindeutig nach dem, als wenn das Großes ins Wasser geflatscht ist. Ich weiß jetzt nur nicht, wie groß das sein könnte. Ein Schritt im Wasser könnte es schon sein. Ja. Okay, wir gehen einfach weiter, oder? Kann man da auf dem Gerät irgendwas sehen? Könnt ihr Unterschiede feststellen, oder? Also bis jetzt war ein ständiger Anstieg bis ungefähr 6 Grad hier. Vorher waren es ungefähr so 5,1, 5,2 ganz am Anfang. 5,3 und jetzt ist ungefähr 6 Grad. Luftfeuchtigkeit ist auch minimal angestiegen. Jetzt ist es 88 Prozent. Also schon, ja ich glaube das merkt man. Ja, wir stehen ja fast im Regen hier. Genau. Ansonsten ist aber keine große Abweichung feststellbar. Okay. Okay. Aber da bist du glaube ich eher besser informiert als ich. Ihr seht es jetzt, wir sind ungefähr, ja was mögen es sein, gute 100 Meter jetzt in den Tunnel reingelaufen. Aber es ist jetzt weg, ne? Ja, warte mal. Es war ja auch mehr in der Mitte und mehr im Höherraum. Da, da ist es wieder. Und wenn du noch höher gehst, halt gerade eben ungefähr, da waren wir sogar ein Ausschlag von, also auf der dritten Skala. Aber hier sind immer noch zwei. Komma näher zu mir. Ich glaube es war irgendwie. Ne ist es nicht, okay. Aber es ist stetig, wo kommt das her? Kannst du mal Richtung Boden gehen, ob das abnimmt? Immer noch, ne? Ja, also die zweite ist immer noch am Boden. Ja, ja. Irgendwas verursacht hier mal ein nächstes Feld. Aber das ist nur in der Mitte vom Raum, ja? Ich habe, bis gerade war ich davon überzeugt, ich wäre das, aber... Ich kann es. Aber du bist größer. Also wir hatten gerade die ganze Zeit gelben Ausschlag, der ist jetzt weg. Aber komisch ist ja wirklich, dass es hier aufschneidet, ne? Wird es denn zur Wand näher, dass vielleicht hier eine Leitung trotzdem verläuft? Ja, du hast kurz wieder einen Kreierschwenk. Wie man so schön sagt, ein Spike. Aber es wird schon wieder weniger, ne? Kann ich mal übernehmen nach links? Zur Wand hin wird es weniger. Guck jetzt mal wieder runter auf den normalen Wert. Warum haben wir mitten im Raum ein Magnetfeld? Aber es ist stetig. Und hier ungefähr ist es bei drei. Wir hatten das gerade mal getestet. Das... Hat es damit jetzt zu tun? Ne, nimm es mal kurz weg. Also es strahlt ja alles ein bisschen, ja? Mach es mal wieder dran. Also es wirkt auf jeden Fall ein bisschen. Aber wenn ich jetzt so anders mache, wird es nicht passieren. Mach mal hier. Achso, möchtest du dich dran halten? Ne, ich habe jetzt quasi da, wo der Ausschlag Null ist. Auch da hat dein Lande das beeinflusst. Ja, dein Lande macht ein bisschen Eingluss. Ja, vor allen Dingen war die hier gerade noch viel extremer gewesen. Oh, die? Bei der kommt es auf drei. Wenn du das bewegst, das Energiefeld. Die strömt ganz viel, siehst du? Ja, da hinten ist der Messschöpfe, da hinten. Da strahlst du. Aber trotz allem, wo du ja nicht strahlst, weil du jetzt selber dich nicht näherst, das ist vier. Das ist egal, ob du eine Nähe bist oder nicht. Und da komme ich auch teilweise in den mittleren Bereich. Ist oben eine Leitung? Normalerweise nicht, ne? Wäre komisch. Aber da oben, guck mal, da flackert es richtig. Okay, vielleicht ist das... Liegt das an dir, dass das jetzt mehr flackert? Nein. Nein, das liegt nicht an dir. Also hier oben ist ein bisschen Party, ne? Warum? Und warum auch nicht ganz konstant? Das soll irgendwo gute Energie haben. Wenn ich jetzt umschaue, ich sehe eigentlich nichts, das hier ein Manetfeld machen kann. Nein, gar nicht. Mitten im Raum vor allem. Mal sehen, wenn wir uns jetzt weiter näher, ob das gleich bleibt. Dass da von da irgendein riesiges Manetfeld irgendwie kommt oder parallel hier verläuft. Aber es ist hier schon wieder weg. Aber es ist hier schon wieder weg. Mal schauen. Mal schauen, wenn ich mir jetzt nach rechts lege. Hier übrigens noch mal ein Manetfeld weg. Das ist also irgendwo in der Richtung der linken Wand eher. Da stehe ich gerade. Eigentlich soll das hier flackern, ne? Ja, jetzt sind wir drei Meter weitergegangen und da ist jetzt... Ja, gerade eben hat es auch noch geflackert hier, oder nicht? Bin ich jetzt verrückt? Ich dachte, da wäre ich gerade geschaut. Ja, hier ist es noch. Hier ist es noch. Hier ist es noch da. Frau Manetfeld. Ist es? Sieh, es geht an und aus. Aber sobald ich mich ein bisschen zu weit bewege, ist es weg. Es ist wirklich nur mitten im Raum. Das könnte man ja sogar noch erklären, wenn es an der Bank mehr werden würde, weil daneben ja die Schienen laufen. Ja, ja, das hatte ich jetzt so ein bisschen gehofft. Die Frage ist, ob es zur Decke hin mehr werden würde. Aber vielleicht läuft da oben wirklich was lang? Also stromtechnisch eine Leitung? Aber es ist ja auch ein riesiges Manetfeld. Guck mal, wie viele Meter das überwinden müsste bis hier nach unten. Gut, bei Starkstrom vielleicht noch denkbar. Aber nach unten wird es auch weniger. Guck mal, wie stärker wird das? Ja, viel Technik muss hier früher ja mal unter der Decke gegangen haben. Aber was kann da jetzt noch an Strahlung von dem Stein sein? Nur weil da mal irgendwann oben Schieben oder irgendwas festgemacht gewesen sind? Eigentlich nicht wirklich viel. Weil die können ja nicht mehr speichern, als die sonst auch könnten. Das ist ja nicht so, dass man die aufladen kann wie eine Batterie, sag ich mal, komplett. Na komm, also ich habe jetzt dafür jetzt gerade keine Idee, aber ich würde auch nicht sagen, dass das paramormal ist, oder? Ja, besonders früher und auch mehr die Leitung überputzt verlegt als unterputzt, ne? Da kann man ja vergessen, wenn man das ja in die Decke guckt, da müsste man ja theoretisch irgendwo eine Leitung sehen. Also wenn da jetzt noch eine wäre. Aber vor allem, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein Magnetfeld ist, das von außen kommt. Weil das ist ja gut abgeschaut, wir haben keinen Empfang hier. Wir haben keinen Empfang hier. Und das müsste ja ein Magnetfeld sein, das stärker als die Strahlung ist vom Satelliten, die hier durch den Stein dringt. Weißt du, was ich echt komisch finde, ist? Ja, dass sie hättet. Schnell hättet, als wenn wir Sommer hätten. Ja. Und dabei aber am Zittern ist. Also eigentlich ist sie kalt, also. Ja, ich habe dir schon was zu trinken gegeben. Ich hatte jetzt auch überlegt, ob hier jemand mit uns im Raum stehen könnte, sag ich mal. Aber es ist stetig. Man müsste an der ganze Zeit an derselben Stelle stehen. Ja, jetzt mal so richtig rumgesponnen mit deiner Theorie oder beziehungsweise, was wir ja auch wissen. Ja. Dass wir eben welche Zwang haben. Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Ich fand es nur gerade heftig, das zu überlegen, wenn ich ehrlich bin. Dass hier leider erhängt wurden. Ja. Das ist ja dann auch eine etwas höher. Und irgendwo bauen wir dann ja auch die Füße. Das ist jetzt gerade natürlich ein doofes Thema, aber ja. Das wäre jetzt eine Sache, die kann ich nicht erklären. Ich habe keine Idee, woher man mitfällt auf einmal mitten im Raum kommt. Haben wir hier irgendeine Markierung an der Wand, dass wir auf dem Rückweg nochmal gucken können? Ja, da war ich eine Elf. Also theoretisch dann. Die Elf. Die Elf. Und dann... Was noch? Das ist die Elf. Und hier ist so diese... Wie heißt das denn? Diese Einkerbung. Diese Wand in der Höhle. Ja, theoretisch. Dazwischen. Sie müssen uns merken, dazwischen, ungefähr auf der Höhe, dass wir vom Rückweg nochmal schauen, ob das dann immer noch da ist. So. Das war ungefähr... Das war eigentlich die Höhe des Dings. Genau hier war das. Du standest du nicht hier vorne? Ja, ja. Da war ich ja auch gerade. Aufpassen, da ist ein Loch. Richtig, richtig. Ich bin noch Richtung Wand gegangen. Und so einen halben Meter von der Wand entfernt ungefähr war es weg. Und ich hatte es sogar teilweise auf drei, aber jetzt ist es weg, oder? Ja, aber wir haben den, der ist ja gerade schon wieder auf dem Weg, das ist für uns. Ja, lass uns mal an, mal sehen, ob wenn sie jetzt kommt, das mehr wird. Ja, ja. Ich halte mal die Hand genau da oben hin, wo es eigentlich war. Wir haben kurz zu gucken, aber ich glaube... Nee, ist nicht. Gehen wir bitte nochmal ein bisschen Richtung Wand. Weil Richtung Wand hatte ich, wie gesagt, auch nochmal gehabt. Aber... Hier kurz? Hier? Ja, aber wir hatten es besser. Wir hatten es ja stetig gehabt. Ja. Und jetzt hast du... Ja, und Ausschlag bis zur Mitte, die ganze Zeit. Ja, ja. Immer mal so wie wieder, ne? Ja, hier kurz mal was machen. Und wie gesagt, ich hatte es auf Kopf. Ja, das könnte auch... Ja, wenn du zu sehr bewegst, dann kriegt der Chip das natürlich dann auch nicht. Aber an sich reagiert der sehr, sehr unempfindlich darauf. Ja. Hier kurz halte ich hier. Ja. Aber wie gesagt, wir haben es vor uns stetig gehabt. Jetzt ist es weg. Ich meine, zweiter Bereich ist jetzt auch noch nicht viel. 1,5 Milligaus, aber trotz allem. Wir finden die Stellenbeschglieder. Und ich war gar nicht mal so krank. Während du weg warst, kurz nachdem du richtig raus warst, hatten wir kurz mal einen Anstieg auf den mittleren Bereich. Deswegen haben wir überlegt, ob wir jetzt eine Tonaufnahme machen. Aber wir finden es nicht lieb. Die Theorie war jetzt gerade eigentlich. Geht doch mal das Gerät da drüben. Ja, nicht genau. Aber eigentlich haben wir es ja auch in der Hand gehabt, ne? Weil zwischen uns war das vorhin die ganze Zeit am extremsten gewesen. Sollen wir euch vielleicht mal einleiten lassen. Manchmal ist es so, wo so mehr Leute sind, und so weniger passiert. Okay. Aus Schüchternheit kann man vielleicht manchmal schon sagen. Ja. Ich gehe mal ein paar Meter von euch weg. Komm, wir gehen mal weiter ein bisschen tiefer rein. Okay, ich versuche mal eine Aufnahme. Ja. Bist du hier bei uns? Mein Name ist Eckbert. Wie heißt du? Gibt es irgendwas, was du uns vielleicht sagen möchtest? Wir hatten ja nämlich einen Ausschlag gehabt. Und den können wir so nicht erklären. Warst du das? In welchem Jahr bist du geboren? Stopp. Es kam kein EMF-Aufschlag. Unwahrscheinlich. Das wäre es auch gezeichnet. Ja. Ja. Mein Name ist Eckbert. Wie heißt du? Gibt es irgendwas, was du uns vielleicht sagen möchtest? Wir hatten ja nämlich einen Ausschlag gehabt. Und den können wir so nicht erklären. Warst du das? In welchem Jahr bist du geboren? 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 Wie ich vorhin schon eigentlich sagen wollte, ob ich es ja da nicht gesagt habe vor der Kamera. Das war ganz am Anfang. Das ist mir gelassen, aber was ich mal filmen, wenn ich rede. Da hatte ich so einen Druck. Okay. Was wir beide ja schon mal versprochen haben, der ist weggegangen, als wir dann ja wieder nach vorne gegangen sind. Du warst bis hierhin dann quasi da gewesen? Nee, das war beim ersten Mal, weil wir die Kamera gerade angemacht haben und du alles erklärt hattest. Und dann sind wir wieder zurück zum Eingang und dann ging dieser Druck weg. Und jetzt ist aber dieses Gefühl wieder ähnlich. Okay. Oh, ich habe auch eine Bahn aus dem Stand. Mal schauen, was uns noch alles so begegnet. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, ich habe ja eigentlich früher richtig starke Platzangst gehabt. Oder Höhenangst und alles passiert. Ja, das fängt auch wieder an. Darf man ja auch nicht vergessen, wegen so einem Druck. Nee, das kann ja auch psychologisch bedingt sein. Genau. Ich meine, das ist okay. Dafür waren wir jetzt oft schon irgendwo unter Tage. Wir sind irgendwo umgekrabbelt, aber das ist schon ein Punkt. Diese Theorie, es gibt ja Geister, die, oder was auch immer, ne? Also gibt es ja, die dann ihren Tagesablauf immer wieder, äh, wiederholen, wiederholen. Also inzwischen kann ja sein, dass derjenige jetzt hier immer wieder langläuft. Kann lokaler Geist sein. Wenn wir die nächsten Tage theoretisch wieder hier wären und zur selben Zeit dasselbe aufnehmen würden, dann könnte man dann tatsächlich vielleicht sogar eine Route irgendwann mal finden, die der läuft, wenn es ein lokaler Geist wäre. Aber tatsächlich haben wir jetzt schon wieder ein EMF, tatsächlich leider bis drei. Ich glaube zur Aufnahme war es nicht mehr gleich, ne? Nein. Schade. Aber guck mal, es kommt wieder. Jan, dein Einschlag. Wie heißt du? Wann bist du geboren? Möchtest du uns irgendwas mitteilen? Wir können dich hören. Wir wissen, dass hier mal leider Leute hingerichtet wurden. Weißt du etwas darüber? Weg. Ich bin gerade ganz kalt. Ganz kalt. Ich habe jetzt heute am ganzen Körper. Das zieht jetzt aber auch, das ist der Zug wahrscheinlich. Ja, ja, ich merke auch, es sind mindestens fünf Gratis Fälle. Das habe ich jetzt noch nicht einmal gehabt. Ich auch nicht, die ganze Zeit nicht, aber jetzt sind gerade fünf Grad Gefälle hier. Mindestens. Hast du schon gestoppt? Oder bist du noch? Ist noch offen. Okay. Björn und Sabrina waren schon mal hier. Kannst du dich an sie erinnern? Warst du hier einer der Heftlinge? Mir wird gerade so kalt. Ich kann kaum noch die Kamera gerade halten. Hast du, misst du die Temperatur gerade mit? Ja. Es ist wirklich sehr, sehr kalt. Vor allem hier. Das lächerliche ist halt. Warum hier oben ist es? Anscheinend sind es zwölf Grad. Das kann ich jetzt langsam runter. Das kann nicht sein. So schnell geht das Gerät. Oder die Geräte können leider nicht so schnell müssen. Mir geht viel an. Ich kann auch das Gerät nehmen. Oh ja. Das ist echt ernsthaft. Ich habe es noch nie so zittern sehen. Aber vor allem, merkt ihr was? Die Kälte ist weg, ne? Also ich stehe jetzt auch wieder locker hier. Ich bin nicht mehr so verkrampft wie gerade eben. Das war ganz schlimm. Ich habe richtig eine Gänsehaut. Aber das ist eine wandernde Gänsehaut. Von unten? Ja. Ne, nicht unbedingt. Von rechts nach links und dann runter. Also es war schon. Ich glaube nicht, dass in der Winddurchspuße die Temperatur runter geht. Dann kann ich wieder hoch. Also ein leichter Hauch ging er jetzt auch hier durch. Durch den Zug. Aber dadurch ist die Temperatur jetzt nicht so runter gegangen. So, das ist jetzt die Infrarotkamera mit Audioaussatz. Die, ich sage mal, quasi in Richtung des Eingangs zeigt. Ich versuche mal zu leuchten. Quasi in der Mitte. Das sind die Mauern. Der Jan läuft jetzt mal durch, um auch zu zeigen, dass es Infrarot wirklich ist. Und wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht mit dem Gerät jetzt irgendwas aufnehmen. Sei es jetzt ein Bild oder aber auch vielleicht Geräusche. Daher das extra mehr Audio. Das von der Zeit her ein bisschen knapp wird, haben wir gerade beschlossen, uns ein bisschen abzukürzen. Und wir werden jetzt nur an der Stelle, wo der Nummer 11 nochmal versucht, ein bisschen zu horchen. Und an den zwei Bereichen hier hinter den jeweiligen Mauern. Ob wir da noch was aufnehmen können. Und dann werden wir uns auch quasi Richtung Ausgang machen. Bist du ein Soldat? Wann bist du geboren? Bist du ein Soldat? Wann bist du geboren? Bist du ein Soldat? Bist du ein Soldat? Bist du ein Soldat? Wann bist du geboren? Bist du ein Soldat? Wann bist du geboren? 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 So, wollen wir hier nochmal an, würde ich sagen, ne? Ja, gut. Auch wenn hier leider kein Ausschlag ist. Hier hatten wir ja vorhin auch nichts gehabt eigentlich. Wie ist dein Name? Wo bist du? Ist hier jemand bei uns? Wann bist du geboren? Gibt es irgendetwas, was du uns über diesen Ort gerne sagen möchtest? Es wurden hier Leute hingerichtet, die wurden erhängt. Weißt du da etwas drüber? Wie ist dein Name? Wann bist du geboren? Wo bist du? Ist hier jemand bei uns? Wann bist du geboren? Gibt es irgendetwas, was du uns über diesen Ort gerne sagen möchtest? Es wurden hier Leute hingerichtet, die wurden erhängt. Weißt du da etwas drüber? Interessant aber. Als ich gefragt habe, erhängt, hat es geknappt in dem Moment. Ja, von den Wolken nun schon. Es wurden hier Leute hingerichtet, die wurden erhängt. Weißt du da etwas drüber? Das klang fast so wie so ein... Wie eine Gnade-Tür fand ich. Oder halt so ein Seil, ne, was... Ja, ja, das auch. Da würdest du so die ganze Zeit still in der Hand. Ich hab auch nichts gemacht. Okay. Lass uns nochmal eins machen. Okay, warte. Es wurden hier Leute erhängt. Weißt du etwas darüber? Warst du ein Soldat? Möchtest du uns etwas über die Bedingungen sagen, die hier herrschten? Was hältst du von dem Thema Juden? Mal sehen, ob ich das nicht mehr so geärgert habe. Es wurden hier Leute erhängt. Weißt du etwas darüber? Warst du ein Soldat? Möchtest du uns etwas über die Bedingungen sagen, die hier herrschten? Was hältst du von dem Thema Juden? Was hältst du von dem Thema Juden? Was hältst du von dem Thema Juden? Wollt ihr euch vielleicht schon mal bei der Elf mit dem Gerät positionieren und schauen, ob ihr das findet? Ja. Ihr habt es euch auch gemütlich hier gemacht. Sieht schön aus. Wenn was passiert? Also ich habe gerade schon gesagt, so ein ganz klein bisschen habe ich das Gefühl, dass das bisschen, was da gewesen ist, so am Anfang, dass wir es verscheucht haben. Also irgendwie, entweder war das einfach nur so, ich weiß nicht, Neugier oder Interesse, dass sich das mal so für einen Moment an uns angeheftet hat, aber irgendwie, ich weiß nicht, entweder haben wir etwas Falsches gemacht, gesagt oder wie auch immer, oder wir waren zu laut oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das, was am Anfang da gewesen ist, ist jetzt nicht mehr. Und vor allem scheint es viel mehr zu regnen als vorher. Okay, also ich spreche euch, ihr habt keine, ihr habt keine, was nochmal zum Beweis. Ja, das war der Ort, wo wir hier vor uns die Ausschläge hatten. Ich halte es noch ein bisschen höher, während es hier vor uns eher verfehlt. Ja, genau. Habe ich vorhin auch schon. Und nichts, kein Zucken kann nichts. Nein, und das ist auch egal, wenn ich mich jetzt hier ein bisschen bewege. Ich spreche jetzt aber erstmal dafür, dass hier irgendwas war, weil sonst müssten wir die Energiequelle ja jeder finden, wenn sie natürlich ein Ursprung, sage ich mal, wäre. Das heißt, es ist ein natürliches, relativ, aber eines Ursprungs, den wir so erkennen können mit bloßem Auge. Da war was. Ja. Da ist was. Aber gerade, wenn ich jetzt schaue, sehe ich es nicht. Aber wir machen ja hier eh noch eine Aufnahme. Ja. Komm mal einen Schritt zurück. Okay, nee, ist es nicht. Nein. Ja, Jan, jetzt kannst du das. Es piegelt sich gerade ein. Ja, läuft. Ist hier jemand bei uns? Wir können sehen, dass jemand hier ist. Kannst du uns bitte ein Zeichen geben, dass du da bist? Fühlt sie dich durch uns gestört? Wir wollen gerade gehen. Es ist ein bisschen Schwerflächs geworden, wo du das gesagt hast. Ja. Habe ich, dass wir gehen sollen? Kannst du dann vielleicht die Lampen nochmal ein bisschen aufleuchten lassen? Du musst dich da nur zu dem Gerät bewegen. Du kannst auch gerne zweimal laut klopfen, damit wir wissen, dass wir gehen sollen. Oder möchtest du, dass wir bleiben? Dann kannst du auch jetzt zweimal klopfen. Das ist ein bisschen Schwerflächs geworden, wo du das gesagt hast. Dann kannst du auch jetzt zweimal klopfen, damit wir wissen, dass wir gehen sollen. Oder möchtest du, dass wir bleiben? Dann kannst du auch jetzt zweimal klopfen. Ja. Oder möchtest du, dass wir bleiben? Dann kannst du auch jetzt zweimal klopfen. Oder möchtest du, dass wir bleiben? Dann kannst du auch jetzt zweimal klopfen. Aber wir haben wieder den Punkt, dass jetzt die Energie hier an dem Ort mitten im Raum wahrscheinlich konstant ist. Kannst du dich mal Richtung Boden bewegen? Oh, 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 schon so eine kleine Bewegung reicht, damit es ausgeht? Okay. Also ich hätte jetzt gedacht, ja. Das ist aber extrem lokal. Das ist jetzt gerade so. Also es ist einfach nur so geschätzt, als wenn jetzt eine Person hier vor mir steht. Das ist so ungefähr Björns Breite. Und ungefähr, ein bisschen größer, doch. Das hatten wir vor uns auch, wenn es höher ging, hat es auf einmal einen Dreier-Schwitz gegeben. Ja, und gerade ist es sogar weniger geworden, als ich das gemacht habe. Aber ich dachte, ich habe gerade bei dem Gelb was leuchtend sehen. Ja, jetzt, genau. Als ich das so ausgehtestet habe, wäre ich nämlich da und so gesagt, es ist ungefähr Björns Figur und Größe. Aber wirklich nur an dieser Stelle. Wir haben vor uns ja auch, dass es lange bleibt und dann war es auf einmal wieder weg. Genau. Und wir konnten es nicht wiederfinden. Und das ist sehr lokal. Also wenn man das mal sieht, die Sabrina, die Wecker setzen einen Radius Horizontal von höchstens 10 cm und vertikal, naja, ein halber Meter wird zu höchstens sein, schätze ich mal. Also nicht besonders groß. Aber das klingt jetzt total bescheuert. Ja, hier ist nichts. Hier ist Leere. Ich habe auch gerade schon mal so mit der Frage, ob man irgendwie den Wärme oder Kälte unterschiegt. Genau, ob es mehr wird. Vor uns hatten wir es als ganz hochgegniger quasi, wo es weniger wurde. Aber da ist es weg. Ja klar, du bewegst ja den Schiff, die Wehrpunkt des Schiffs auch. Aber die hat es einen größeren Radius, ne? Ja, Richtung Wand ist vorbei. Ja, jetzt fängt es wieder an. Aber guck mal, das ist das hier, ne? Ich sehe es nicht. Ist es aus? Ja, ja, nee, es ist aus. Nimmst du es mal? Ich möchte jetzt hier weggehen. Guck mal, ob das genau so bleibt, dass der Dienste ist, ne? Das müsste. Jetzt drehen wir es mal. Und zack, aus. Wahnsinn, ne? Ja. Das liegt daran, je nachdem, die Hülle bietet ja leider auch ein bisschen Widerstand. Und je nachdem, von wo die Wellen eintreten können, die durch viel Plaste müssen oder durch wenig, ist natürlich ein gewisser Widerstand zu überwinden, ne? Aber es ist doch echt jetzt mal die Frage, wir sind auch ein ganzes Stück hier unter der Erde, ne? Ja, ja. Wo kommt jetzt hier irgendwo Energie her, was das Gerät messen kann? Ja, und wie gesagt, die war ja vor uns dann weg nach, keine Ahnung, wie lange waren wir hier? Zehn Minuten? Ja. Wie ihr seht, da ist wirklich die Elf, wo wir vor uns auch was hatten. Und ich will jetzt auch stimmen. Ja, das waren Kinder. Wir haben hier gerade die ganze Zeit alleine gestanden und haben nichts, aber auch gar nichts an Ausstatt bekommen. Das ist jetzt auch nicht recht zu verlaufen, genau so. Und jetzt bleibt das zweite Lämpfing, ganz ganz anders. Du warst auch so in den Abstand, ja? Das ist nicht irgendwie zufällig deine Kamera, wo die nicht so viel emittieren sollte? Ne, ne, ist es nicht. Ja, ja. Wir haben jetzt quasi genau den Mittelgang. Machen wir zur Seite, ob es dann weniger wird? Ja. Ich dachte, sofort... Also es ist quasi aktuell, als wenn hier eine unzeugbare Stromleitung eine schwache durchläuft in der Mitte. Und man sieht, es flackert, das versucht auch auszugehen Richtung Land. Also wir haben hier eine Energielinie in der Luft, von der Form her. Was ganz kurios ist. Jetzt hört es doch noch mal auf. Ja. Huch, entschuldige, ich habe dich nicht gesehen. Ja, aber ganz ehrlich, ich hätte doch... Das ist jetzt zu Ende. Also das verflackert das. Das ist jetzt zu Ende. Ja, da nochmal ein bisschen. Falls das tatsächlich eine Entität sein sollte, die nur in den Tageslauf abgeht, dann wird die auch nicht mit uns kommunizieren, weil dann kriegt die uns gar nicht mit. Ja. Oder fast nicht mit. Boah. Also wir haben nach wie vor keine Erklärung, woher diese Schwankungen kommen, beziehungsweise woher das Energiefeld überhaupt kommt. Ja, das ist nach wie vor weg. Gehen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück aus der Errichtung, wo wir kamen. Also meine Theorie ist ja wirklich so, das ist wie so ein Tagesablauf. Und eine oder mehrere Personen sind es, also ich hätte sogar gesagt mehrere, die hintereinander weglaufen. Und das hat selbst wissendurch, wenn ich das so sehe, dann habe ich es ja auch mal geflackert. Dann war wieder ganz kräftig. Das wäre eine gute Erklärung, weil das wird ja sagen, die haben quasi nur in der Mitte und ganz lange. Das wäre eine gute Erklärung. Hier früher so ein Weg, wenn die da auf der Seite die Geräte gestanden haben. Genau, genau. Und die sind dann hier ihren Tagesablauf abgelaufen, weiß ich nicht, um die Uhrzeit vielleicht, war Feierabend oder Schichtwechsel. Genau, vielleicht wurden die zurückgetrieben sozusagen, so böse, dass Klingmarke war. Ja, oder Schichtwechsel eben, dass da so ein Wechsel war. Das ist ja tatsächlich so gewesen, dass die... Das sind Kinder. Wenn es das keine sind, dann ist es echt komisch. Dass die Zwangsarbeiter, die wurden hier ziemlich nah im Ort, wurden die in einem Lager untergebracht zum Schlafen. Und bei Schichtwechsel wurden die durch das komplette Dorf bis hier zu dem Tunnel, also bewacht und bewaffnet, dann quasi eskortiert. Und wenn die Schichtwechsel war, ist dann quasi die eine Schicht rein mit, ich sag jetzt mal, zehn Leuten. Und die andere Schicht gleichzeitig dann raus mit zehn Leuten. Und wie Sabrina sagt, und wir haben es ja vorhin auch gesehen, wenn hier die ganzen Geräte und Maschinen aufgebaut gewesen sind, ist das vielleicht wirklich so die Schneise gewesen, wo die rein und raus sind. Wir hatten, wann war das so gut? Ich hatte gerade recht mit denen, muss ich sagen. Es war etwa 12 Uhr, war das nicht nur gewesen, als wir vor uns das erste Mal das hatten, ne? Ich könnte jetzt nicht mal sagen, aber... Ja, und wir haben jetzt circa vier. Zack, wieder weg. Können es vielleicht die einzelnen Personen sogar sein, die jetzt an uns vorbeiziehen würden? Ja, genau, das meine ich, ja. Das ist denkbar. Es sind dann so zehn, zwanzig Leute. Es kann ja sein, dass wir quasi, das ist jetzt mal bildlich gesprochen, dass wir quasi jemand hatten, der gerade hier haufenweise Leute exportiert hat, so in Kolonnen, sag ich mal, hinter sich hergezogen hat. Das ist deswegen, dass wir so einen langen Gang Energie hatten. Und jetzt sehen wir entweder nur, ich sage mal, ein paar kleine Nachbeben, oder wir haben zwei, einer, der hier einzeln rumläuft. Ja, klar. Mal sehen, ob wir irgendwas noch aufgenommen haben. Also wenn es jetzt nicht so stark regeln würde, und wir noch mehr Zeit hätten, würde ich hier direkt nochmal die Verbot-Kamera aufbauen und ein Audio laufen lassen. Aber mit dem Audio werden wir jetzt hier nicht viel festnehmen können, hier trofft es ohne Ende. Also es trofft, Herr, weil es lauter als wir reden. Ich fand es doch komisch, dass es wirklich immer so im Abstand an, aus, an, aus, ne? Ja, genau. So wirklich, als wenn jetzt im Schritttempo mehrere Personen an uns vorbeigezogen wären. Der Jan und ich gehen jetzt mal ein paar Meter weg. Das hat ja erst angefangen, als wir da waren. Vielleicht haben wir das begünstigt, also irgendwas ausgelöst, sag ich mal. Wir gehen mal halt nur, wie viel ist das, zehn Meter oder so, Jan? Komm, wir gehen mal ein Stück, und wir schauen, ob das da noch was bringt. Wie heißt du? Bist du Soldat? Wie heißt du? Bist du Soldat? Wie heißt du? Oh, es stabilisiert sich. Sollen wir lieber gehen? Ich will noch mal eine Frage. Stören wir dich hier? Ist hier an der Stelle etwas Schlimmes passiert? Sind wir in Gefahr? Bist du in Gefahr? Bist du in Gefahr? Schrei mal laut. Das war unerwartet, gebe ich zu. Kannst du das nochmal? Kannst du das nochmal machen? Kannst du nochmal schreien? Siehst du uns? Weißt du, wie ich heiße? Was ist an der Stelle hier, anders als an den anderen Stellen des Tunnels? Warum sehen wir quasi hier die Ausschläge? Siehst du uns? Siehst du uns? Was ist an der Stelle hier, anders als an den anderen Stellen des Tunnels? Warum sehen wir quasi hier die Ausschläge? Was ist an der Stelle hier, anders als an den anderen Stellen des Tunnels? Warum sehen wir quasi hier die Ausschläge? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur Nachbesprechung von unserer ersten Untersuchung der Uferlagerung mit dem Decknamen Rebhuhn. Ja, wie ihr gesehen habt im Video, haben wir ein paar Sachen gehabt. Einige EVPs, wo ich sagen muss, ja, sind durchaus plausibel. Besonders das spannende Geräusch von dieser Seite bei der Frage, ob jemand da hängt wurde, ist der in einem sehr passenden Zusammenhang und damit nicht ganz so einfach zu erklären. Im Gegenteil, ich sprich stark dafür, dass wir was aufgenommen haben, was so für uns nicht hörbar war, also quasi ein klassisches EVP war. Ist sehr, sehr spannend. Ein paar andere EVPs hatten wir, wo man mit, ich sag ein bisschen Interpretation und Fantasie, tatsächlich Stimmen und Antworten hören konnte. Allerdings, bis auf dieses erstes mit den Seilen, muss man zu allen anderen sagen, die sind mit Vorsicht zu genießen. Der Tunnel, das habt ihr ja die ganze Zeit im Video auch gesehen bzw. gehört, hat halt einen ganz krassen Hall bis zum Ende hin und dann auch wieder zurück. Hall ist wie verrückt. Durch das Tauwasser, was wir hatten, hat es wahnsinnig getropft. War wie in einer Tropfsteinhöhle 2.0. Und dadurch, dass da auch so viel Müll rumlag, in allen möglichen Varianten, haben wir eine perfekte Klangumgebung. Wir hatten auch richtige Klangkörper gehabt. Zwar natürlich nicht im musikalischen Sinne, aber vom Aufbau her. Ein leerer Plastikkanister, Metallbereiche, Steine. Alles Dinge, die wenn Tropfen drauf treffen, ein anderes Geräusch verursachen. Gepaart mit dem Hall und wenn das ein Hohlerkanister ist natürlich, auch wie ich schon sagte, Klangkörper, der wunderbar wie eine Trommel quasi dann sein Geräusch wiedergibt. Nur muss man halt wirklich sagen, unter sehr streng Getären betrachtet, dürfen wir diese EVPs nicht zu seriös einstufen. Weil, auch wenn diese an sich für uns untypisch waren, die wir aufgenommen haben und nur sehr schwer auf die Tropfen zurückzuführen sind, so kann die Kombination von verschiedenen Tropfen gepaart mit dem Hall tatsächlich dann vielleicht wie eine Stimme, ein Hauchen oder sowas klingen. Das können wir nicht zu 100% ausschließen. Deswegen, wie immer sind in der Auswertung und im Video nur die drin, wo wir sagen können, okay, die sind zumindest zweifelhaft, wo man sagen kann, okay, da könnte was sein. Aber ganz sicher, wie gesagt, können wir hier nicht sein, weil wir halt durch die Geräuschgeräusche es nicht ausschließen können. Deswegen wieder auch natürlich die Sache, jeder darf sich seine eigene Meinung bilden. Und gerne dürft ihr auch selbst in den Kommentaren sagen, ob ihr was anderes gehört habt als wir. Ob ihr eindeutig sagt, dass ein Geräusch, ob ihr vielleicht sogar was komplett anderes hört, kann ja auch sein. So, um diese Sache allerdings jetzt kurz zu machen, die EVPs können wir nicht als signifikant einstufen, bis auf das mit dem Seil. Das ist schon sehr, sehr maßgeblich, weil das kann unmöglich ein Tropfen gewesen sein, egal in welcher Kombination. Gut, was bleibt also dann übrig? Was wir auch noch hatten, war ja, dass uns allen für ein paar Minuten richtig kalt geworden ist. Obwohl in dem Moment eigentlich kein Zug war, bzw. wenn diese ganze Zeit sind ja Züge parallel Tunnel durchgefahren, haben wir nicht gespürt, dass es kälter geworden ist. Aber an dem Zeitpunkt, wo es richtig kalt, ihr habt es ja auch beim Björn wahrscheinlich dann gesehen, der hat sogar richtig gezittert, also dem war richtig, richtig kalt. Und ja, messtechnisch hat die Temperatur sich nicht verändert. Das heißt, nur die gefühlte Temperatur hat sich geändert. Wann ändert sich die gemessene Temperatur und die, äh, nicht, aber die gefühlte? Eigentlich nur dann, wenn die Luftfeuchtigkeit massiv spontan nach oben geht. Weil umso feuchte die Luft ist, umso schneller kann sie die Temperatur mit unserem Körper austauschen. Das heißt, die Differenzen werden über den Gradienten schneller ausgeglichen. Aber auch das konnten wir nicht messen. Das heißt, das bleibt erstmal nach wie vor unerklärlich und auch ein bisschen komisch, weil es halt auch nur einmal passiert und nicht bei jedem Zug der Durchfuhr. Dann hatten wir noch die Geräte, die ein bisschen sporn haben. So bei Björn, als auch bei mir, hatten wir ja Kameraausfälle. Ja, wir haben alle schon sehr lange verschiedenste Kameras und danach haben auch bisher wieder alle funktioniert. Das heißt, auch das bleibt erstmal nach wie vor unerklärlich, passt vor allem in den Kontext sehr gut zur Energiethese. Denn in dem Fall wäre die Energie verloren gegangen, der Akku hat sich gewehrt und wurde dann quasi umgewandelt in eine andere Form der Energie. Geräusch zum Beispiel oder was anderes. Oder auch bei der Temperatur, die gesunken ist. Hier könnte thermische Energie aus der Luft zu einer anderen, z.B. akustischen Energie in Form von Schall oder anderen Sachen umgewandelt worden sein. Das sind schon tolle Sachen, die gut passen und die Sache hier zumindest nicht mehr erklärbar erscheinen lassen. Allerdings ganz besonders so das i-Tüpfelchen ist das, was der Jan im Nachhinein dann Energiebanane getauft hat. Das werden wir auch in Zukunft so verwenden, weil der Begriff ist sehr, sehr lustig und beschreibt auch in perfekt die Form. Wir reden hier natürlich von der Position 10 bis 11, wo wir immer wieder das K2-Mmm bis zur dritten Stufe, also bis zu 10 Milligauss, haben Ausschlag gehabt. Das ist schon deutlich abweichend vom Normaljab gesehen. Da drin ist an sich nichts. Wir haben auch keinen Empfang gehabt. Wir hatten die Smartphones natürlich auch, aber zum Test hatten wir sie natürlich angemacht, um zu schauen, ob wir Empfang haben. War es vermuten, dass nicht. Wir haben auch nicht. Über uns ist neben der Tunneldecke noch Erdschicht. Parallel ist das Gleis. Unten drunter, wir vermuten Erde, wir wissen es nicht genau. Und auf der anderen Seite ist eigentlich ein Hügel, wo der Tunnel so halb eingebettet ist. Deswegen haben wir auch versucht, zur Seite der Bahn hinzugehen zu messen, ob von dort vielleicht von den Starkstromleitungen da ein EMF-Feld emittiert wird, was tatsächlich durch die Steine bis in der Uferlagerung eindringt. Aber ihr habt gesehen, auch wenn wir zur Wand gegangen sind, wurde das Energiefeld schwächer. Zu Boden wurde es schwächer, zu den Wänden wurde es schwächer. Bis zur Decke kamen wir nicht ganz hoch, aber umso höher wir gingen, da hörte es auch irgendwann auf. Das heißt, wir haben quasi eine bogenförmige Energie gehabt, so als wenn ein Starkstromkabel mitten im Raum hängen würde und wir quasi drumherum das Magnetfeld gemessen haben. Das ist nach wie vor unerklärlich. Weil sie eine Energiequelle haben, müsste sie einen Ursprung haben. Und wenn wir uns dem Ursprung nähern, müsste sie stärker werden. Da sie mal da war und mal weg war, könnte man sagen, okay, klar, wenn die Bahn durchfahren, in dem Moment wird der Strom bei den Kleids zugeschaltet, wenn die Bahn weg ist, wird er wieder abgeschaltet. Deswegen habt ihr noch ab und an mal ein Energiefeld. Passt aber nicht, weil es zeitlich mit den Bahnen nicht korreliert, wenn man das mal sich anschaut. Und wie gesagt, es müsste in dem Moment auch stärker werden, wenn wir uns zur Richtung der Quelle, sprich zur Wand hinbewegen. Auch das tat es nicht. Es bleibt alles unerquert. Und ein so langes Energiefeld zu haben, ist zwar eigentlich was Einmalisches, wenn es denn nicht Menschen gemacht ist. Und das ist jetzt so der Punkt, wo es extrem spannend wird. Weil jetzt ist die Frage, ist das was Paranormales, unerklärlich? Ist es vielleicht, wie wir überlegt haben, eine Gruppe von Personen, die da abmalen, durchmarschiert oder stillstehen muss? Wir wissen ja, dass zu Zeiten des Krieges dort die Häftlinge untergebracht waren mit verschiedensten Sprachen und da quasi in dieser alten Flugzeughalle oder Maschinenhalle, die das mal war, gearbeitet haben. Und durchaus möglich, dass die da durchgelaufen sind, dass sie teilweise stillstehen mussten und dass wir quasi die Restenergie jetzt dokumentiert haben. Quasi, dass die im Tagesablauf dort nachgegangen sind und wir das jetzt wie eine Art Projektion messen konnten in Form des anderen Magnetfeldes. Das wäre eine Erklärung. Das wäre die paratsychologische Erklärung. Eine naturwissenschaftliche Erklärung außerhalb dieser Thesen kann ich jetzt tatsächlich nicht liefern. Denn wir können eigentlich alle anderen Sachen ausschießen. Deswegen müssen wir oder sagen wir, das ist irgendwas Paranormales. Allerdings mit der Einschränkung, es ist so viel Energie und wir werden in so breiten Bereich, wie das bisher undokumentiert ist. Also haben wir entweder was ganz Neues, Innovatives dokumentiert oder aber es hat tatsächlich noch natürlich Ursache, die wir bisher nur noch nicht verstanden haben, die wir nicht gefunden haben. Und deswegen werden wir auf jeden Fall nochmal dahin gehen und unsere Untersuchungen verstärken, um zu sehen, ob wir dann vielleicht doch eine natürliche Ursache finden oder ob wir die These, dass es hier sich vielleicht wirklich um Entitäten handelt, verifizieren können. Und mit diesem Abworten verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Über ein Like würden wir uns natürlich freuen. Gerne dürft ihr in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was wir besser machen können. Ansonsten sind wir für jede Unterstützung dankbar. Auch dazu unten natürlich in der Videobeschreibung bzw. oben der Registerkarte. Und gerne könnt ihr euch, wie schon mal gesagt, auch das Video bei Mr. and Mrs. Lost, sprich bei Björn und Sabrina anschauen, die das auf ihrem Kanal haben. Auch dazu findet ihr sowohl unten den Link als auch oben der Registerkarte eigentlich auch den Link dazu, damit ihr euch das auf dem Kanal anschauen könnt. So, und jetzt kommt noch unsere Endcard und bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen euren Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchungen machen. Da ist bestimmt was. Dann schuldet euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden für uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus. Ohne eure Erlaubnis, ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen trinkt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen trinken soll, bleibt das bei uns intern und unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann einen Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden. dass wir uns auch nicht anschauen, die wir uns auch nicht untersehen.